Star Wars Battlefront Endor ließ sich die die besten, die guten besser spielen weil man da mehr gesehen hat Ja, es ist alles gut Achtung Boah, Leute, was ist denn bei euch los? Ich steh daneben hier, guck mal zu Ich hab den getötet, also ich will gar nichts hören Außerdem ne Granate kann ich nicht abwehren, ich kann mich zwar auf die Granate schmeißen, aber du stirbst ja trotzdem Und daher ist das alle zugewollt Ejo Da kommt einer Er kam, sah und starb So, Raketenwerfer rein, zwei getötet Sau Bär Onkel ist dabei Hat gleich 450 Punkte bekommen für Kill mit Raketenwerfer, geil Voll cool Aber hier ist leicht zu verteidigen, weil hier gibt's nicht so viele Wege von oben, können sie nicht kommen Bedeutet Eigentlich wäre Klar, kennen sie von hier oben, Junge Wir haben das Gebiet im Bereich der Rettungskapsel gesichert Von hier oben? Okay Natürlich Denkst du, warum wir Probleme hatten bei der Fracht? Eine weitere Kapsel ist gelandet Hmm Okay, wir müssen da hin Ich komme, Rettungskapsel Ich möchte dein bester Freund sein Ich möchte Ich möchte Äh, 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 äh Naja, wieder nix liegen lassen Die Schweine Also ich habe keins bekommen Boah, jetzt habe ich fast Ich war gerade so vertieft Dass ich gerade Oh Hm An dem Termaldeternator gestorben bin Ähm, ich wollte sagen Ich habe gerade echt gedacht Die Guten sind auf unserer Seite Aber wir sind ja jetzt wieder böse Das ist immer ganz schlimm Wenn man jetzt wieder irgendwo reinkommt Und gerade die anderen war Dann guckt man immer nach den anderen Haha, Kill Assistant Achtung, ich übernehme Ich schütze mich, ich schütze mich Ja, ich schütze dich Och, bin ich da schon Ja, haben sie Ja Ich glaube, die müssen schlagen, die müssen schlagen, die müssen schlagen Ja, ich weiß Aber ich habe geschlagen Ach du Scheiße Ich habe ihn zu 50% weggenommen, ja Das sind Ich weiß gar nicht, wo unsere anderen Leute alles sind Schlafen die oder was machen die Ich bin echt gerade Oh, zwei Stück habe ich getötet 450 Punkte, korrekte Scheiße Alter, bin ich total bescheuert Ich schieße die ganze Zeit neben seinen Kopf Mann Dann tötet er mich Mann, war ich wieder schlau jetzt Ich bin so schlau Machst du Onkel? Ich bin hier bei der Kapsel Hm, okay Wenn ich nicht irgendwo bin, dann bin ich bei der Kapsel Was? Ja, ich komm Ich bin auch bei dir Ach, die Gegner sind so Noobs Ach, du bist so ein Großmaul, Alter Haha, das kann ich überhaupt nicht legen Ja, aber die machen ja nichts Ich weiß gar nicht, wo die alle sind Wir sitzen hier ganz alleine Und kein einziger Gegner ist hier Und die haben volles Team Na gut Und gleich werden wir verprügelt Und dann habe ich die Arschkarte Du Nee, ich hab zu dem Scheiß nicht gesagt Das war ein Witz Deine Witze sind kacke Das war ein Witz So, da oben auf dem Dach ist auch noch einer Deine Witze sind mega kacke Achtung, 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 Achtung Deine Witze sind so schlecht Ui Da wird so ein schlecht Wer ist schlecht? Keine Witze Ja, die sind nicht schlecht Die sind mega schlecht Der war gut Der Witz Das war der Witz des Witzigsten Witz des Der war besser, ja Der war gut, ja So, jetzt müssen wir ihn gucken Ah, Achtung Boah, Scheiße Okay, die Stellung haben sie gut im Griff hier, die Jungs Ja Klar Hm 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 Wir sind mit der Truppe da und werden überrannt Wuhu Hm Wir sind Verteidiger Das war ein Witzig Krieger in Schwarz-Rosa Ach, der Idiot! Rivano, du Drecksack, du Mist geboren, Alter Was ist denn? Rennst mir genau in Schuss Hehehe 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 Meine Fresse Ich hab hinten keinen Spiegel Dann hampel nicht so rum, du Hampelmann Ja, du musst dich bewegen, sonst bist du sofort tot Ah, du musst dich bewegen Hehehe Das Ende Sieg Jawoll Du Hampelmann Hehehe 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 Neun Kills Hehehe Wir haben gesiegt Hehehe Ne, war gut, keine Frage Jetzt sind wir wieder die Guten Oh yeah Ja Und wieder, oh, ich bin dabei Ich hab die meisten Kapseln verteidigt Ey, ich will auch mal Er ist dabei, bye, 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 bye Hehehe Neben Batman Batman ist immer dabei Hehehe Ohne Batman läuft nix, ey Der Assasine Der Assas Hm, ich find das Bild voll cool, das passt Aha, ja, genau 396 Gradits Kaufe ich mir später was Schönes Hm, was hast du bekommen auf so 300 Zackenkräuten Oh Gott, die Map Boah, das ist doch glaube ich mit Lava und so, ne Lava? Lava 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 Mr. Lava 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 Oh, Zielschuss Zielschuss Ein zielsuchender Schuss der weit entfernte feindliche Soldaten Oh Oder ein Sprungpack Nee, Sprungpack will ich nicht Aber das klingt doch gut Zielschuss Zielschuss Ah, ist nicht schlecht Ich könnte mir ein paar Sachen kaufen, aber Ich spare jetzt lieber erst nochmal für das nächste Und zwar Das hier Ab Level 24 Oh Gott Oh Gott Mal sieht das dauert noch Okay, Spiel gestartet Dann geht's los Boah, ich find den Himmel hier auch so geil, wenn die fetten Kreuzer da oben Metzeln Oh, ah Herrlich Ah Zurzeit brauchen wir sowas nicht Abwärter Warum mach ich das überhaupt Ach doch, das ist ne Ne, das ist ne andere, ne Ist das nicht die, wo du so gut warst? Ich erinnere mich Ja Doch, das ist die, ne Die Anfangsmap Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Ja doch, die Map ist korrekt Ein Partnerstart Oh, hier Wir sind gleich bei der Kapsel Ja Ich hab die Kapsel berührt Ich habe sie berührt Onkelein, wir sind Achtung Onkel, wir sind beschossen Oh mein Gott Schieß zurück Schieß zurück Boah, ich hab nur noch einen Oh, kacke Drei Seiten kommen die an die Penner Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ja, warum machst du sowas, Onkel? Was ist denn los? Das Motto heißt nicht sterben. Mhm, das sagt er auch gerade gestorben. Du bist immer der mit Pistole, ne? Cool. Ja, Pistole ist geil. Ach mein Gott, ey! Wenn du siehst, dass ich angeschossen wäre, dann such doch mal mit. Ja, ich hab versucht, die Kugeln aufzufangen mit meinen Lippen, aber hat nicht geklappt. Ach, jetzt hab ich wieder die falsche Hand. Ich könnte kotzen. Die falsche Hand. Wie du, wie kann man denn eine falsche Hand haben? Okla-Leute-Bitte-Blöden, das ist so. Ja, ich bin die falsche Handvollziehung, ich bin gemerkt, dass es in Händen da wurde, die Karten drinne so. Ach, Gott, ey! Mann, ich wollte, noch habe ich leicht verzogen. Du schon mal süßt, du? Ha, ja, ja, ja. Nein, wo seid ihr denn alle? Dann die Scheiße noch mal! Meine Fresse, ey! Vonkel ist, an uns, Sack, hier! Ja, ich kann dir sagen, wo ich war. Am Kämpfen, und dann war ich tot. Ich bin hinter dir jetzt. Dann müssen wir irgendwo anders am Kämpfen. Komm doch mal zu der verfickten Kapsel. Du hast nie verdient, irgendwie weiter oben zu sein wie ich. Was? Wenn du nichts dafür tust, dass wir hier gewinnen. Nichts. Ha! Nur sinnlos Gegner abknallen. Schau einfach mal, bei mir das Video... Nur sinnlos Gegner abknallen. Nee, ich bin an der Kapsel am Freib upgraded. airenbarksen. Backparken. Freibadachsen. Schnell los runter, wir müssen das Ding übernehmen. Hop, 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 hop. Ich komme, ich komme, hop. Bleib doch wieder stehen, das gibt's doch gar nicht. Ja, du musst doch schießen, wenn die schießen. Sonst bist du doch tot. Ja, ja, was... Du musst doch schießen, wenn die schießen. Kannst doch auch beim Laufen schießen. Da, wir können die Dinge einsammeln. Ah, ich habe ihn noch gekillt. Wunderwohl. Ich hab wieder vergessen, die Hand zu wechseln. Die Hände in den Himmel. Okay, Leute, wir müssen jetzt echt mal was tun, sonst nehmen die uns ein. Na, haut die doch mal aufs Maul. Ja. Habt ihr? Ah, wow. Habt ihr? Ja, ist unsere. Boah, ist das aufregend hier. Mann, ich krieg hier einen halben Herzinfarkt. Ja, du sowieso. Guck, so geht das. Du wirst angeschossen, ich such den Gegner, der dich anschießt. Naja, ich hab mal mit drauf geschossen. Naja. Und wir drehen uns im Kreis, weil Granaten gekommen sind. Wir schaffen das schon. Keine Sorgen. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn jetzt meine Hand nicht dabei, die ich ausgewählt hab? Da bist du blöd. Guck doch hin. Hand, zweite Hand, Partner. Verstehst du das? Du willst hier Hände aus. Na, musst du mal lesen und nicht mal lästern. Wenn du nicht wirst, wie du das hier hältst, dann kannst du das dafür. Von hinten kam der Wutschi. Okay, mein zweiter Partner Hand, ich bin hinter dir. Boah, die haben schon wieder gleich eine. Oh, oh, oh. Oh. Oh Gott. Unterwegs abgemurkst. Oh ja. Okay, ich hab jetzt einen Scanner, damit können wir die Feinde sehen. Das ist toll. Ja, pass auf, ich gönne die Feinde zu sehen, die uns abknallen. Wir machen das so sehr aufhörig. Ja, das macht aber schon ein bisschen Sinn. Das siehst du dann wenigstens die Feinde, wo du dran vorbeiläufst. Ne, ne, das passt schon. Afford. Das gibt's doch gar nicht. Achtung. Oh, der hat uns wieder beide zerlegt. Ja, liebe Freunde, jetzt kriegen wir gerade die Hucke voll, wie ihr seht. Da läuft hier ein Berg rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Ne, der hat abgeknallt, der auf dich geschossen hat. Onkel, guck einfach mal. Du doch nicht. Du doch nicht. Achso, ich dachte, ja, weil du wieder meckerst. Ich dachte, du meckerst ja nur mit mir. Also, ich hab' ich gedacht, du meins mich. Ne, der Typ, der da... Achso, ja. Der stand bei mir am Berg. Och, Alter. Boah, da oben ist ein Roboter-Kopf. Ja, ich weiß, ich registriere dieses festliche Ding eigentlich nicht. Ich laufe immer dahin und werde abgeknallt von dem Ding. Oh, Mann! Die mit ihrer Scheiß-Pistole. Ey, die ist lebensmüde, die Pistole. Ich seh' nur tuk-tuk-tuk-tut. Boah, die brauchen nur noch ein Ding, dann haben die gewonnen. Ein Döner-Borne noch. Dann nimm' ne Scheiß-Pistole, um mal in den Rüst zu reißen hier. Oh, ich hab' doch geschossen. Okay. Direkt vor unsere Füße. Einiges, was mich wirklich nervt, ist das... Ja. Oh, Mann! Dass ich die falsche Hand genommen hab. Das geht mir um den Sack. Ich kann nichts wechseln. Hab' ich mir dieses schöne Ziel... ...dieses schönen Zielschuss geholt. Ja. Kann aber nicht nützen. Warum? Falsche Hand. Weil ich... Ja, die Hand hab' ich gar nicht zur Auswahl. Das geht mir um den Sack, den ich belegt hab. Boah, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Boah, ich hab'n. Ich hab'n. Onkel, ich hab' hier leichte Probleme. Weil ich hier so ganz alleine an der Kapsel bin. Aber ich hab's nur noch gerettet. Boah. Aber es wird trotzdem schwierig. Weil die haben vier. Und wir haben, ne... Wir müssen jetzt jede Kapsel... ...helfen. Oh, ich hab' ne Panzerforster. Damit kann ich auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen. Wir müssen verhindern, dass... Okay, die Drecksdecker haben die Kapsel. Schnell hin. Boah. Aufregendes Game. Wirklich aufregend. Aber geil. Gefällt mir. It's wirklich beautiful... ...to me... Warum denn zu dir? Ähm... Das weiß ich nicht. Na, fuck. Falsche Seite. Onkel, nur noch der Hälfte. Sie haben nur noch die Hälfte Lebensenergie. Wir müssen jetzt... Sie haben noch die Lebensenergie? Was laberst denn du? Ja, von der Kapsel, bis das Spiel vorbei ist. Komme was wolle. Wir müssen jetzt die Kapsel einnehmen. Ey, ist denn gar keiner da? Oh, mein Gott. Hilfe. Bin ich wieder getötet worden. Ist auch hinter dir irgendwo. Ist einer. Oh, ich bin im Loch im... Oh, ey. Wie schnell. Was... Was ist denn da los? Tja, das ist halt so. Krass. Zehn Kills. Was hast denn du gemacht? Drei Kills hat der Onkel. Was hast denn du gemacht jetzt im Spiel? Onkel, warte. Ich würde deinen... R2 ist... R2 ist schießen. Wahnsinn. Schaffen wir noch eins. Ist der Einzige, der noch lacht, ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, ich weiß. Aber das hast du verdient. Weißt du, meckert und du erzählst und ich hab die ganze Zeit... Ja, ne, weil ich immer deine Scheiße ausbaden musste. Wieso? Weil du immer an die Gegnermassen vorbeigerannt bist und die haben mich abgeknallt. Jede Knalle. Was denkst du, warum ich hier genörgelt hab? Ey. Ich bin ja an die Gegnermassen reingerannt. Deine Mutter ist in die Gegnermassen reingerannt. Ja, sicher. Deswegen haben wir ja auch gewonnen. Den Kampf letztens. Da sind die Gegnermassen reingerannt. Der ist gut, ja. Egal, scheiß drauf, du spielst. Jetzt machen wir so platt. Oh nein. Weißt du, welche Map das ist? Da werden die sich wieder alle raus spielen. Nein, ich weiß nicht, welche Map das ist. Jetzt setzen die sich wieder oben alle drauf. Hallo, Onkel. Hallo. Glatze hat er. Ja, du hast den Scheiß-Helm auf. Schwitzt dich nicht mehr so? Du siehst es auch nicht. Aber dann geht der Sand nicht so in den Augen. Du lachst 15. Pussy. Kein Sand in den Augen. Kapsel, genau vor uns. Sofort vor Rücken und berg. Ich habe noch eine Ladung geholt. Das heißt, wir können... Mache ich den anderen sehen, wir die Gegner. Dann weißt du, wo du hinschießen musst. Komm, da ist gleich ein Gegner. Komm, los. Ach, Mann. Wo seid ihr denn? Verdammte Scheiße. Na, ich habe einen... Das ist meist so eine Kacke, weil ich mich aufs Team verlasse. Ich verlasse mich nicht immer auf euch. Ich mache jetzt mein eigenes Ding hier. Ich bin doch auch da, Onkel. Ich bin doch auch da, Onkel. Wir sind ein Team. Ich kann nur, wir beide können gegen 10 Mann nichts machen. Wir laufen in verkehrte Richtung, komm mit. Gegen 10 Mann? Ja, da waren 10 Mann. Da war ein einziger. Und den hast du nicht mal geschafft, wegzuholen. Warum? Weil der wieder irgendwo abzupackt ist. Natürlich habe ich einen gekillt. Guck doch mein Video. Aber nicht den, der mich gekillt hat. Guck, weh, du guckst nicht. Ich guck dein Video nicht. Jetzt erfricht nicht. Doch, damit du siehst, dass ich tapfer gekämpft habe. Mein Gott, ey. Ja, liebe Freunde, so ist das, ne? Onkel On-Time. Ich lauf zur Kapsel. Die anderen laufen zur Kapsel. Rivano schießt aufs Schiff oder so. Ich habe keine Ahnung, was da machen. Ich bin gestorben, ich war gar nicht beim Schiff. Ich war bei der Kapsel. Ich wollte zur Kapsel. Aber die haben gesagt, nö. Mein Gott. Ich komme mir vor, als wären hier nur Gegner und keine von uns. Bist du dich verarschen? Das sind nur Gegner und keine von uns. Ja, sag ich ja. Ach, hier habe ich sie jetzt. Jetzt habe ich die richtige Hand. Du hast die richtige Hand. Mein Gott, ich kriege hier keinen kaputt. Ich schieße immer. Die verlieren Lebensenergie. Die schießen einmal. Ich fall tot um und bin am zappeln. Halalalala. Gibt es da gar nicht. Zappel. Nein. Fuck. Und der Onkel legt sich wieder hin. Das war jetzt nicht wegen dir, sondern ich habe ja, einer hat mich gekillt, ich habe eine Granate in gelegt, er läuft, macht erst mal ein schönes Salto über meinen Kadaverkörper. Wir nehmen die Rettungstapfel in Besitz. Wir erobern die Rettungstapfel in Besitz. Was ist denn das für eine Scheißwaffe, die ich hier habe? Was mag ich denn? Ich habe eine Granate gewonnen. Hier geht es ab wie ein Zöpfchenparadies hier. Ich komme gerade überhaupt nicht zu fach, hier. Ich bin gerade zu dumm zum Scheißen. Außer die Welt braucht ein Leben. Was? Das habe ich auch schon gerochen. Dass die Welt ein Leben braucht. Was? Was redest du da für ein Schwachsinn? Ich rede doch gar nicht. Ich war jetzt ruhig. Ich habe die Kapsel, ich habe die Kapsel. Ich hatte sie. Ich hatte sie angefasst, aber es hat nicht gereicht. Bei meinem Team. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, ich habe es fast schon. Mann. Der Hypno, ey, das sind alles Hypno. Die heißen alle Hypnos. Bestimmt so ein Clan, die ganzen Tag zocken und nichts anderes machen, außer die Leute zu hypnotisieren. Guck dir das mal an, ey. Das gibt es doch gar nicht, ey. Ist der ein Leben, ey? Alter, der hat schon zehn Kills. Krass, krass, krass. Das ist der Patch. Der Loser-Patch ist das, den die draufgemacht haben. Ja, aber Loser haben die keine Chance mehr. Ja, ich merke das schon. Oh Mann, mit einer Lebensenergie hat er noch überlebt. Wie war das, die Gegner sind in den Loops? Wie war das? Die doch nicht, das ist der Hypno-Clan. Die sind gut. Sind ja auch neue reingekommen, ne? Nur weil du das gesagt hast, kack mal jetzt ab. Ich gehöre nicht zu dem. Ich hab das nie gesagt. Doch, du hast die angesteckt dazu. Der Typ ist ein Spinner, der hat das nie... Irgendwie, ich hab das nie in Verbindung gesagt. Also, liebes Spiel, lass mich mal wieder ein bisschen was reißen. Jetzt nicht, der noch ein Bamm im Arm. Mann, ich hab den geschlagen und er fällt nicht um. Mann, das ist ärgerlich. Die sollen tot umfallen, wenn ich sie schlag. Dafür schlag ich sie doch auch. Ja, 2-0, das sieht ja schon wieder hervorragend aus. Warum steht denn eigentlich unser Team hier rum und geht nicht zu der Kapsel, versucht es weder zu übernehmen, noch sonst einfach anderem? Das weiß ich nicht. Ich glaub, die haben das Spiellogik nicht verstanden. Die sind bestimmt alle im Gefecht. Keiner weiß, wie das funktioniert. Das find ich nicht so toll. Und insolviert. Ich krieg hier gerade nix zu pötten. Wir haben die Rettungskapsel übernommen. Das Gegner-Team hat, äh, das Team, das... Das Team hat was gemacht, das würd ich sagen. Was soll das denn sagen? Nee, das muss ich nicht so sagen. Ich meine, das muss ich nicht so sagen. Ich meine, das ist ein... Ah, das gibt's nicht. Nochmal hast du, wenn du einen schlägst, ist der sofort tot. Jetzt kannst du dir hundertmal draufschlagen und die sind nicht tot. Ja, zweimal. Ja, oder trotzdem. Schieß doch kaputt! Kaputt? Wow! We have a Rettungskapsel. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Rettungskapsel. Rettung. Oh Mann! Ich hab endlich mal einen getroffen, ey. Ich glaub das nicht. Die Hypnowichser. Oh. Also mit den Nachspawn-Systemen. Das find ich hier absolut ober-mega-kacke, ey. Warum? Weil es nicht funktioniert. Weil du auf dem Spielfeld rumrennst. Ich seh's. Und ich kann nicht Streieck drücken. Beziehungsweise es will Dreieck drücken und es schaltet einfach ab. Das Dreieck. Achso. Ja, das ist krass. Das stimmt allerdings. Das ist allerdings wahr, mein Freund. Da musst du mal schießen, Rivano. Macht weiter Druck. Ich hab Druck gemacht. Ich hab einen getötet. Ich hoffe, das reicht dann. Ah! Ich werd beschossen! Ah, hinter uns. Achtung. Ich wollte Druck machen. Hat aber nicht geklappt. Feindliche Einheiten in Reichweite. Na, scheiße, Mann! Nimm mal dieser Hypno-Kack-Wurstbraten. Ach, Mann! Die sind gegen meine Granaten immun, glaube ich. Die fressen die. Mh, Granate! Ich hab nämlich drauf geschossen und der hat überhaupt nichts gemerkt. Gerade ist einer gespawnt und ich hab ihn geholt. Das ist nett. Oh, das hält ihn nicht. Holt doch, hol doch, hol doch, hol doch. So, jetzt hab ich auch nochmal ein paar Kills hier. In dem Bereich dieser Rettungskapsel. Yippie-Jay-Jay, Schweinebacke! Immer wieder das Gleiche. Die kommen immer da unten rum. Gegner auf 13.15 Uhr. Nein! Wieso nicht? Ich frag mich immer, wo du bist. Echt, ich bin hier bei der Kapsel. Ja, ich bin an der Rettungskapsel. Wo soll ich denn sein? Ihr schreit doch gar nicht. Ich bin an der Rettungskapsel. Ich stand die ganze Zeit an der Rettungskapsel. Ja, ich auch, vielleicht. Ich wohnne in der Rettungskapsel. Ich habe mit der Rettungskapsel ein Verhältnis gehabt. Alter, was macht so eine Kacke? Schnell, erholt sich die Rettungskapsel, erholt sich die Rettungskapsel. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin ja auch schon wieder getötet worden. Was die immer alles so haben wollen, die Achso, das bist du. Zwei Rettungskapseln, gescheite. Boah. Bleib hier bitte. Bleib bitte mit hier. Ja. Wo ist das scheiß Ding eigentlich? Wir müssen sie halten. Ja. Bleib leben, bleib leben, bleib leben. Ach komm. So, bin bei dir. Haha. Dummer, dreckiger Idiot. Wey, 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 wey. Stehen Sie in Ihrem Zirkuszelt drin und machen Kackel. Oh, Mann, Orbitalangriff, ey. Ich war gerade im Lauf drin. Da hat mich ein Orbitalangriff weggefetzt. Puh, vorrücken und nicht sichern. Onkel, lebst du noch? Ja, ich bin bei der Kapsel. Komm. Nein, nicht noch. Ja, müssen wir verhindern, Onkel. Die ist schon bei der Rebellen in der Antigam. Ah, ich hab's angefasst. Ich hoffe, es hat noch gereicht. Nein, hat nicht gereicht. Bei mir stand aber 150 Punkte. Doch, hast du, hast du, hast du. Mein Gott, dieser Tony1945. Immer dieser Tony. Geht mir auf den Honig. Hallo, Mann, was war das denn jetzt wieder? Ach, ein Droide hat mich gekillt. Oh, mein Gott, ey. Dieser Hypno, der geht mir so auf die Ketten. Der jagt dich. Der hat's auf dich abgerochen, äh, gesehen. So, ich hol die Rettungskapsel. Ich hol die Rettungskapsel. Ich bin gestorben. Tony war's. Tony1965, ne? Meinst du den? Hm. Dann hab ich stille gehört. Es waren andere Tonys. Oh, nein! Oh. Leider kann ich wieder aufregen. Ist sie jetzt weg? Ja. Natürlich haben sie die. Ja, schieß doch einfach vorbei, Onkel. Oh, Kampel. Oh, vorbei ist er. Ja, ihr seht schon, es ist hardcore. Es ist wirklich hardcore. Es ist wirklich hardcore. Ich hab, ah, ich krieg's nicht, weil keiner da ist. Ich bin immer alleine. Mein Gott, wie schieß ich denn immer drüber? Was ist denn los? Der Onkel schießt rüber. Ich schieß immer vorbei. Ich sag doch, wir sind, das ist kein Hardcore, das sind einfach bloß übelste Noobs. Der Onkel schießt rüber. Der Onkel schießt rüber. Das machen wir und das macht uns hinüber. Na, das war der letzte Angriff, jetzt war's das. Ach, scheiße. Egal, wir haben gut gekämpft. Kann man nix sagen. 14 Kills, 29 Kills. Ah, super, super. Und der eine Toni da, der hat auch 23, ey. Nice, 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 ja. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das wieder für diesen Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, die Session, die geht noch ein Stückchen. Das heißt, wir sind noch ein Stück in der Aufnahme hier. Das kann sein, dass ich noch öfters rumbrille. Das hält mal meine... Ja, ist doch nicht schlimm. Die Gegner sind ja böse. Okay, aber wir sehen uns natürlich morgen bei einem anderen Match. Das heißt, wir hatten auch andere Gegner. Was heißt, morgen, beim nächsten Part, in einem anderen Match mit anderen Gegnern. Sowieso, weil wir jetzt einen anderen Mutti machen. Okay, dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Ciao.